herzlich willkommen zu ruht 48 zum mutter 21 wir starten heute eine neue aufnahme das heißt jetzt geht weiter mit dieser route hier hat immer noch weitermachen müssen weitere ich muss ja noch mal starten sollte jetzt wieder ein sollte nicht einige halte stelle weniger kann ich nicht schade ich könnte sie zwar für die tippe geht meine frisse so auf jeden fall jetzt heute weiter dadurch also weil ich ja 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 okay ich erinnere mich ja fahrt doch weiter das ist typisch ntcs fahr weiter mein gott hey manche leute jetzt ist manchmal ist das euch katastrophe ihr seht dann was macht der normale autofahrer man sieht er muss wird zurücksetzen er will dann quasi die einfach weil er verpasst hat da rein was macht er normal denken autofahrer richtig ich bleib stehen lasse muss reinziehen gut ich denke busfahrer ich denke beruflich was machen aber die entwicklung spiel war scheiß drauf ich gebe da vollgas ich muss da noch um das ist so eine hecke hier so okay dann ist gut nichts passiert weil da gibt's das ist aber unsere kacke mit dem bus hier die kleinere bus nehmen sollen aber wir werden jetzt noch bis zum ende das aufgabe wahrscheinlich den gelenkt den doppelstock gefahren bisschen lange mit dem gelenk unterwegs gewesen ich wünsche 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 ich weiter ein bisschen mit dem halb zu stellen mit den aufwertungen klar für gesagt ist es noch ein bisschen was zu fahren vor allem die erste quali sie mir die nervig kann bis aber die erst auf 3 ist ich muss jetzt immer ein bisschen was anders fahren weil halt aber jetzt fliege auch ein bisschen nach und nach ja wie gesagt wir kommt zurück dann muss mir da 21 ich freue mich dass wir dabei seid hier bei unserer kleinen runden reise durch angel shores immer noch dabei sind ganzen alte stellen auf stufe 5 zu bringen einige fehlen noch viele sind es nicht mehr aber es sind halt noch ein paar aber es gibt uns schon alles sagen wir haben wir stellen was hinbekommen weil sie die ich kann gar nicht versprechen das werden wir dann hoffentlich halbzeit mal sehen ich glaube wir sind mittlerweile irgendwo jenseits der folge 80 fast 90 mittlerweile werden vielleicht die 100 folgen knacken alleine nur hier in angel shores wie gesagt es wird doch das dlc kommen und das wird noch ziemlich zeitbar danach kommen und dann fahren wir sehr wahrscheinlich und das ganze noch ein bisschen abzurunden noch mal dass sie seit berlin da gibt es da nämlich weiter so haben wir haben ein bisschen zu tun mit dem musik mit dem spiel hier aber es macht ja spaß da habe ich jetzt nicht die halbzeit die weitermachen also das ist halt so lebe ich würde wahrscheinlich darauf hinauslaufen dass wir so lange sie sind wenn ihr mit drin ist dass wir noch ein bisschen das längere folge haben vorher aber es hoffentlich wird alles jetzt alles kürzer so eine normale verknüpfe dageskarte danke so weiter geht die reise unsere und reise immer noch das ist das hafengebiet die halbe 3 ist da die fischer street das wird einfach darauf hinauslaufen dass wir alles jetzt nach und nach so fahren müssen noch mal noch mal noch mal und noch mal aber wie gesagt mit jeder fünfer halte stelle ist es weniger als zwei aus bitte jetzt habe ich diesmal gesehen dann kann man ruhig mal ein schwarzer transport aus der letzten folge das wird noch mal aus aus Ja, das ist doch toll. Nicht, dass wir hier tatsächlich HABA, äh, HABA, äh, HABA, äh, HABA und, die habe ich aber auch schon falsch genommen, die haltestellen wie ich hier. Hier ist schon zu schnell, so, 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 halte ich ja gerade ausgemacht, aber jetzt war eine. So, also, ständig in einfacher Verkappen, die ist doch hier, hier, nur Hände, ja, so. So. Gut. Ja, mein Ziel ist das Minimum 2-3 Haltestellen pro Folge rauszukriegen, dass wir gar nicht mehr allzu viel haben. Jetzt wird er nach und nach immer weniger. Ich weiß jetzt nicht, wieviel es ins Gesamtschutz sind. Ich setze dich jetzt hier an der Haltestelle raus. Ja, das hört sich gerade aus, ein bisschen das Hafengebiet. Das nächste Semester an der Uni wird so anstrengend. So, Tür zu. Die Blandy Street. So. Ich muss aus. Kann ich bitte die Rampe machen? Oh ja, natürlich. Machen wir das so. So, der Rest kann natürlich so aussteigen. Jetzt wird keiner mitfahren. Okay, jetzt wird keiner mitfahren. Mach mal so. Okay. Okay. Und hier wird sie aber auch da hoch. Nichts eigentlich will ich sie sieben. Innestreet. Innestreet. Doch, wir haben sie draußen. Sehr gut. Wir können sie rausnehmen. Ich sag ja, zwei, drei Haltestelle pro Folge würde ich irgendwann mindestens rausnehmen. Das heißt, wir werden, wir verlieren mit der Innestreet. Wieder mal. Ich hab' ich gedacht, dass ich... Ich könnte jetzt rausnehmen. Innestreet. Das ist ja auch was. Warum darf ich euch nicht rausnehmen? Oh. 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 scーutongs. Warum darf ich sie nicht rausnehmen. Ich würde sie gerne rausnehmen. Äh, anwinden. Innestreet. Bewusst hier nicht rausnehmen. das ist ja klar oder mich nicht oder mich dass ich die nicht rausnehmen darf die alte stelle hätte ich noch nicht aufgefahren aber ja wir haben auch schon eine ganz weile gestanden ich gucke jetzt kann das steht noch mal raus habe ich sie rausnehmen könnte hallo ich würde gerne die halte stelle rausnehmen hier lässt du richtig rausnehmen alles schade warum auch immer weil eigentlich brauchen wir den das tut jetzt nicht noch mal da muss ich weg sein ich habe keine ahnung jetzt gerade jetzt ist er raus alles klar das heißt wir haben wieder eine alte stelle weniger auf unserer klugen liste und umso mehr wechseln wir irgendwann mal und sind wir immer mal durch die kram hier es sieht sich es sieht sich extrem ist es halt das ganze anstrengendes ding das ist das kann ich bitte eine fahrkarte haben ja darfst du sie machen ein animiertes pin auf zu springer so ich brauche eine fahrkarte ich bin einer cross das ist wie eine fußballmama nur statt dem wagen nehmen wir den bus danke eine fahrkarte das ist einfach wundervoll geht das toll ja sport ist nichts für mich ich bleibe lieber daheim oder fahre mit dem bus ich brauche das gerade wenn da die kabel steht So Ja, nix an Schlessi Darcy Avenue So wie gesagt, es sind gerade einige Halterstellen, die sich noch ein bisschen dagegen wehren, die noch Bad Wolken brauchen, bis die immer mal auf 5 sind So So Einmal kurz bezahlen hier So Und weiter geht die Reise Nix an Schill ist die Jefferson Street, die hier vorne ist Ja, dürfen wir mal wieder eine Halterstelle aufwärten, oder was? Nö, natürlich nicht Eine Fahrkarte bitte Einfache Fahrt bitte Ja So 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 Okay, dann geht weiter Die Tau Stockton Street sie möchte gerade nicht sie möchte gerade hier nichts wirklich was aufgewertet werden vielleicht sollte ich aufs kiel mal noch eine rute einbauen dass ich die stelle hoch gewertet wird ich hätte gern ein paar fahrgarten so tschüss hinzu weiter geht die reise nächste reise zu der klinik die clay street einmal raus bitte nehmen ich hoffe dass es jetzt funktioniert das heißt wir sind in dieser folge auch schon aber drei stück jetzt funktioniert es auf einmal komischerweise haben wir zwei dreimal nicht funktioniert aber so zur nächsten stelle ist da die dort größte neuen sind mit einem zitarre unterwegs auch die möchte gerade nicht also dieses viertel ist das wird doch sich ziehen ich brauche eine fahrkarte ja das ist so ja das dauert jetzt alles noch ein bisschen hier wird ja was man hat heute allerdings eine stelle ist die werde ich natürlich euch natürlich wie dein verarschen müssen die halte ich bin ich denn überhaupt jetzt dass die 12 dass die 13 ich bin komplett aus drohen oder was das heißt ich werde den wirst du mit einem drück sitzen müssen dass ich darum komme wo habe ich den frischen überfahren heute nicht schon wieder fachsen wir haben so viel überfahren habe ich den perfekten ort ein buchladen und gleichzeitig ein kaffee genau warum wir haben jetzt schon angezeigt dass ich nicht überfahren aber jeder folge mittlerweile zwei drei stück eine fahrkarte ja alles gut ich brauche eine fahrkarte so danke so an der nächste halbe Stelle high school aber jetzt kann man rückwärts passieren jetzt passiert das ist ja mitgenommen ab bleiben ich merke schon weil die springen wird noch ein halcyvium ist halt wie gesagt noch gepuscht können hier sind vier und dann schon da sind auch diese folge schon wieder drei mal drei halte stelle raus es müsste jetzt noch 15 halte stelle sein sonst richtig mit 10 tage wir werden es aber gleich noch mal prüfen wenn ich für euch die halte stelle überprüfe jetzt für euch die fahre also ich sehe jetzt wie gesagt drei pro das sollte jetzt würden dass du da jetzt nicht sehr gut warten können unabhängig davon rückgänger und da werde ich dafür nicht getraten naja egal so so das ist die die 17 hier 16 ist es da ein weiter so 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 einfach zwei stück ich brauche eine fahrt ja danke so dann haben wir die nächste halte stelle ist dann die north voce street und dann sogar fast durch drei sind es noch drei jahre ausgenommen 16 sind sogar insgesamt es wird es wird langsam aber es wird es wird immer weniger als sie ist nur so ein bisschen da das dort im auge geradeaus hier rechts abbiegen so gut keiner mehr dabei aber da gibt die reise ich mag sie nicht dann habe ich jetzt mal nur was ignoriert müssen so da ist der nächste bus schon jetzt sag mal bitte dass ich die pinespeed aufförten darf das ist die 18 und weil ich halt diese alte stelle ihr verliert ich verliebe deswegen meine halte immer einmal pinespeed kann ich nicht offiziell ist sie beendet hier auf die route aber die 18 fehlt noch ja das ist das problem an der sache ja da sind einige halte schon noch dabei die jetzt aufhört wird werden die wir die die dem ein bisschen ignoriert weil ich feier die 18 an fahr doch weiter ja der fröhling ist da ich hab mich so so gewollt dass ich mich in die ruse gemocht habe die fahrt sogar mit alle die fahrgäste eigentlich ist es ja noch nicht mal es wäre ja zwei stellen und wir haben mit der untergehen hier so das ist das schöne ich jetzt mich einfach raus und dann sind wir schon wieder an der stoppe stelle in der nächsten folge gibt es dann schon wieder weiter mit dem bussimulator 21 und ja wie kann es sein genau diese gute bis dann